eigentlich würde ich jetzt neben hier noch was machen aber da ich keine keine akustischen signale bekomme von dem spiel an sich jetzt nicht ja ja deswegen warten wir bis zum ende der runde ok aus meinem thema schon gebannt okay Jungs, im Tank brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Tank. Und dann... Ah fuck, disconnected. Okay. Das heißt, der wird gerandemt. Oh shit. Alles klar. Hm. 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 Ich hab ja auch was vergessen. Ist jetzt einfacher gemacht. So. Ah, ist der letzte Beschissene Zombie. Oh, nice. Und los. Ah, Angel Mage. Hm. Hm. Hä, es fehlt noch wer? Was ist denn das? Da ist der letzte Shit-Anti-Mage. Aber noch zwei von denen. Hm. 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 Ah, klappt doch. Das ist doch. Das ist dann vielleicht gar nicht so schlecht. Trotzdem kannst du dann währenddessen weiterarbeiten, Junge. Okay. Ah, dang it. Ah, yes, that's nice. Yes. Und, schau mal vor. Das war mal komisch, Alter. Ach, die Geister. Echte Arschlöcher, diese Geister. Ach, die Geister. Oh, da. To cure a deceit, okay. Crazed Sniper. Das ist nicht gut. Und, 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 und. Ah, noch einer. Na. I have earned Zeb. Ah. Okay. Okay. Uh, Basher. They are level 10? Maybe bad idea. Come on. Come on. Come on. Hmm. So. Äh. 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 Ach, schon wieder nur so wenig übrig. Obwohl, eigentlich bin ich immer noch ein Fan von Mjölnir. Ja. Wow. Ja. Was? Woid hat dich von einem einzelnen besiegen gelassen? Eieieiei. Ja. 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 Häh-häh-häh-häh. Flats. Ja, du solltest immer nehmen. Oh, Wraith King. Ups. Oh, so. Noch eine Wingard brauche ich auch nicht. Na. Na, Battle Fury wäre vielleicht auch nicht schlecht, ja. Woaah, Shit. Ah, Void. Boi. Wie kann der... Wie kann der Volltrottel in den Stone Gaze... Okay, also das eine weiß ich, da habe ich mir... Das wollte ich... Die Axt wollte ich unbedingt haben. Wobei ich die echt cool finde, abgesehen davon... Das sich ständig flippte. Ich habe ja gesagt, play again, oder nicht? So, holen wir uns nochmal die Schätze. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Was, hä? Oh, die haben noch mehr Schätze hinzugefügt. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Bug. Ich habe keinen Trusted Benefactor bekommen. Also ich glaube, mit diesem ganzen Bug Fix und Entschuldigungskram... Haben die sich keinen Gefallen getan. Oh, schöne Riki. Lich. Wenn ich viel, viel Glück habe... Viel, viel, viel Glück... Kriege ich nochmal PA bei den 8 Schätzen, aber ich glaube kaum. Dann, ja... Aber ich habe nochmal Lich und Riki bekommen. Äh... Das noch. Hm. Hä? So, und... Nochmal 8 Stück. Raid King... Darkseer und Juggernaut könnten nochmal da sein... Dabei sein. Ich sage das, weil noch... Wirklich alle 3 sein könnten. Hier, Schätze... Das gibt's! Ich habe nochmal OD bekommen. Nice. Na. Das müsste schon der letzte sein. Und ich habe nochmal Raid King bekommen. Aber ich habe zum... Zum dritten Mal OD... Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Bei PA ist das immer so ein bisschen... Ja... Weil das das beliebteste überhaupt ist im Moment. Habe ich das nicht nochmal... Aber ärgerlich, ich habe nicht nochmal den... Trust of the Benefactor. Ich hätte nochmal nachgucken sollen, ob es das wirklich... Äh... Dann... Wenn du sowit skippt oder nicht. Dieser Void. Ärgerlich. Wir hätten das gewinnen können. Und hätte der uns nicht in die Krono gesperrt... Dann hätten wir das auch noch geschafft. Weil der hat ja nur... Praktisch unser Team in die Krono gepackt. Alle anderen waren außen drum herum. Ne... Noch nicht mal. Er hat sich und mich in die Krono gepackt. Wenn hätten wir auf Angriff gehen sollen... Links... Auf die Treppe runter kamen. Die waren definitiv schwächer. Das habe ich jetzt keine Ahnung. Dann bannen wir Viper. Warum nicht? Axe... Axe wurde nicht gebannt? Ein TA hat auch ihre Vorteile. Aber... Axe ist zu spät. Centaurant. 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 Auch weg. Tide. Ähm... Bleibt nur noch Tide übrig. Ansonsten... Abaddon. Alchemist. Lich... Warum Lich? Nein, nein, nein. Warum Lich? Nein, nein, nein. Abaddon ist gut. Gut. Hör auf. Tide rollt drauf. Also, übersichtlich resolutions Mac. Was endless Neues ist... Ihr sagt eben��-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dee-da-da-da. dass du das blöde Schild hast. Junge, Junge. Viper, okay. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Komm schon. Hm. Yes, yes. Quatschhaft, den brauche ich eh. Mein Javelin. Troll. Ah. Hm. Schön, dass wir den Cross-Death mal direkt haben. Oh. Was ist das? Kommen wir gar nicht weiter, alles klar. Soul Ring. Okay. Hm. Oh. 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 Doch bin ich nicht sehr effektiv. Nein. Hallo? Wo? Wollt gar nicht aus dem Scheißspiel raus. Oh. 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 Shit. Wo sind die denn? Ist ja noch einer. Oh, shit. Komm schon, ich brauche nicht mehr viel. Dann können wir gegen die antreten. Oh. Monkey King Bar. Wo ist das? Brods. Watch. Oh. Oh. Monkey King Bar. Oh. Monkey King Bar. Oh. Monkey King Bar. Schade. There's no limit to my employment. Schade. Wait. To mission. Hoppla. Oh. Hm. Hm. Oh. Shit. Okay Oh, Buckler und Ghost Zapter, das wäre nochmal was gewesen Gegen wen kämpft er denn hier? Gegen niemanden, der Vollidiot Wow Wow Shit, 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 shit Das war mal crazy Sieg hinab Oh, dieser Vollidiot, der hat auch noch Geld wie um Oh, ich hätte sogar noch was dazu verkaufen Hm Jetzt hätte ich einen Becher gebrauchen können Drums Okay Oh Oh, es hat eine Radiance Hand ihn damit Hm Oh, da hat jemand Platz Das ist natürlich schick Oh, ich hätte eigentlich die Italiens bekommen Oh, ich hätte eigentlich die Italiens bekommen Fuck Dang it Wieso musste ich da ausgerechnet wenig Leben haben So 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 ärgerlich So So ärgerlich gerade Na gut Wer weiß Vielleicht bekomme ich ja nochmal Level Eigentlich unnötig Aber Aber Man freut sich über alles, was man bekommt, ne Aber ich würde fast behaupten Wow In den anderen Schätzen Mindestens Eine Sache Hier Keine Ja, das ist krass Na gut, ich kann damit leben Jakiro Das kriege ich auch noch hin Jakiro kriege ich auch noch hin Na Na Blöder Ich habe keine Ahnung Ich glaube nicht Ach ja Ich bin auch gar nicht mal ein ganzes Wett einsetzlos gewonnen Na ja Obwohl, zum Schluss hätte ich Besetzen können Da habe ich gewonnen Na ja So So Ex-Wert gebannt Der war Zu problematisch Zu problematisch Zu problematisch Dann gibst du den Ex Ex-Ex geht rein Callt, wenn man am Schatz steht Optimalerweise Und Ja Hm Hast du halt verkackt, ne Ah Come on Come on So, jetzt könnte man nochmal anfangen. Okay. Jetzt könnte man nochmal anfangen. Next Bun. Mit dem habe ich doch gerade eben schon gespielt. Next, Bristleback, Abaddon. Genau, Troll, Ricky. Luna ist auch schon weg. Dann nehme ich Underlord. This Land will burn. Das könnte man... Oder wir nehmen einen anderen Tank. Boah, jemand hat random Clings. Krass. Das meiste ist physisch. Mit Mana brauche ich mir normalerweise keine Gedanken zu machen. Schreie schreie. Bristleback, Arna. Ja, das Junge. Erle so, dass es dieses Jahrhunderschauen konnte. Aber das ist ein flieber. Das bouffert sich gut. Ich schreie, dass es hier nicht... Aber das ist alles. Ich schreie, dass es nicht. Aber das ist nicht so weit. Der, woanders ist. Ja, ich schreie, dass die Leute. Die Leute sehr klatschen. Ich hab auch schon gewandt. Wann? 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 Wann ich mich nicht hin? Hm. Iron Will', das ist nicht schlecht. Ich treffe immer noch wie ein Sponsor, ey, unglaublich Na, kommt schon, Jungs Blightstone, komm, den will ich nicht als Underlord holen Ah, wie misst Viehscham I guess we're gonna be right back Okay, so, let's go No, no, no Let's go Was someone took the cheese? Wild and cheese Oh, 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 oh Oh, das waren schon alle. Oh, oh. Oh, da hat sie eine gute Stelle erwischt, um ein paar mehr zu treffen. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Immer noch kein Blightstone. Komm schon, Mann. Na. So. So. Oh, Facebook und No-Tarys, man, wenigstens mal etwas. Ich weiß. Ah. Ah, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. und wo ist da was zu achten oh oh was was Ja. Komm her. Fuck. Schon wieder unsichtbar. Was ist der denn schon wieder da? so Pi-1 Und was kann ich aus dem Nullteelsmann machen? Dagon BĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄ Weiß nicht. Können wir das im Oga machen? Ein Meteor-Himmer? Ein Echo-Saber? Shit! Einer Regen kann ich auch noch verkaufen. Mac? Guck mal hier. Mach mal so, tu einen Mac rein. Sean Sharp. Okay. Oh, das habe ich Drums. Ah. Komm, hol doch mal den Cheese hier. Okay. 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh, okay. Oh, shit. 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 jetzt anfangen mich zu beschweren dass ein das hier kein schloss auf der benefactor dabei war weil das naja sollten sie aber mittlerweile so viel extra schätze rausgegeben haben was das hinhaut sniper bannen da ist der gute snipe da kommt schon jungs verbindet euch warum kann es nicht mal kälter werden das ist doch echt ätzend diese hohen temperaturen den habe ich jetzt auch schon in drei spielen gesehen zwei eins und im jacquero die ja schön wir bekommen einen teil hoffe ich zumindest der witz ist die brauchen eigentlich gar nicht so viele items ich glaube diesmal gehe ich tatsächlich auch ein special abyssal blade aus dem einfachen grund dass ich dann auch ein bisschen tanky werde und nicht nur noch eine glaskanone bin ja das steuerrad willkommen das war cool aber mit dem kann ich eh nichts anfangen was habe ich denn denn ach so noch ein ring so jevlin ready Komm schon, Mann. Ich bin der Hard-Carry, Benni. Okay, jeder scheint bisher seinen an ehemalsen fairen Anteil zu bekommen. Den behalte ich noch mal eine Weile. Ah! Der Raum. Nope. Summer. Krieg ich keinen Shit hier, oder was? What the hell, wir missen Ehzog. Missen. There was a other team before. Come back. Don't. We don't need to fight right now. Ja, genau. Was bin ich denn? Hm. Hm. Oh, shit. Oh, shit. Sala, Sala. andere Items. Können wir hier reingehen? Ne, da waren die schon. Scheiße, wir müssen uns echt beeilen. Wir sind spät dran. Kein Mana? Im Ernst? Ich hab doch den blöden Aquila-Ring. Oh Gott. Was bin ich denn hier überhaupt? Ich dachte, was was Gutes machen. Eko-Subber. Oh, das war's. Falsch. Na! Fuck. Oh, ein neuer Javelin. Where does this mean? Come. Nein. Oh. Is there any doubt? Warum da? Hm. But have girls. Da ist ja gut. Ich hab's schon mal. Was sind wir denn hier? Da lang willst du? Ist mir wurscht Können wir langsam mal mal einen Shop finden? Na, finden wir nicht Okay Ich hab noch keinen Crit Ich hab noch keinen Crit, Jungs Ein bisschen Scheiß-Dynamit Ich kann nichts aufnehmen Ich könnte kotzen Komm, ich brauch einen Shop Ich muss meinen Kack mal loswerden Wieso haben wir keinen Shop bisher gefunden? Kommt, Jun Oh Oder wir lösen das so Mir eigentlich wurscht So lange ich langsam mal einen Shop bekomme Komm, Junge Of Shadows Sell 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 Brotswad Oh, verdammt Okay Und schon mal Okay. Nee, nee, das ist ja... ...den hab ich genau richtig bekommen. Nein. Wow, 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 wow. Fuck. He's solo, he can get us. Just stay together. We need to go on or we will die because we're underleveled. Oh, cool day, I will level 18. Okay, for the chrono. Ah. Ah... Stop pinging, retard! Man... Desolator ist drin... Ah... So, dann haben wir's doch! Wie viele Sick-Kills habe ich davon gemacht? Ah... Junge, Junge... Ah, jetzt können wir doch kontinuieren... Schick! 10 Kills, 9 Eliminates... 4 Saves... Wer hat wieder den meisten Schaden gemacht? Entschuldigung... Steht das eigentlich drin? Was man gebaut hat? Ah... Kannst nicht gucken, ne? Das ist ein bisschen traurig... Können sich das Replay angucken, aber naja... Jakiro! So... Wie wär's mit einem... Turbo-Jakiro... Versuchen wir's wert... Ich könnte auch ein normales spielen... Ich glaube, ich riskier ein normales... Also... Bis... Äh... Gleich! Ciao! Das sind dann wir jetzt mal... Typisch... ...ä, aber... Vielen Dank.